Mein Name ist Ingo-Hans-Oskar Warnke. Ich bin seit dem Jahr 2010 Professor an der Universität Bremen und leite das Arbeitsgebiet Deutsche Sprachwissenschaft unter Einschluss der interdisziplinären Linguistik. In diesen Zusammenhängen bin ich mit vielfältigen Forschungs- und Lehraufgaben betraut. Unter anderem bin ich Sprecher in der Verbundforschungsinitiative Worlds of Contradiction, die aus Exzellenzmitteln gefördert wird. Was mich als ich hier nach Bremen kam eigentlich zunächst sehr überrascht hat und später dann noch mehr, war selbstverständlich, als Linguist achtet man darauf, das kurze Moin und mehr nicht. Wie viel Verbindlichkeit aber auch in diesem Moin liegen kann und wie viel Freundlichkeit, das habe ich dann eigentlich ganz gut verstanden und das hat mich durchaus überrascht. Ich habe ein Foto mitgebracht aus dem Zeitraum 1997. Im Jahr 1997 war ich mit dem Abschluss meiner Habilitationsschrift befasst. Ich warte auf die Begutachtungsergebnisse und bin mit meinen Kindern in den Bergen und mache Urlaub. 2007 habe ich mir gewünscht, an einem Ort als Professor dauerhaft wirken zu können und mein besonderes Interesse an interdisziplinären Aspekten linguistischer Forschung weiter verfolgen zu können. Dass ich dann einen Ruf auf eine Professur für deutsche Sprachwissenschaft unter Einschluss der interdisziplinären Linguistik im Jahr 2010 erhalten würde, konnte ich damals noch nicht ahnen. Diese Denomination ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland und sie passt so gut zu dem, was ich in den Jahren vorher gemacht habe, dass ich mich noch immer wirklich darüber freue. Heute ist meine berufliche Situation eine andere, wobei ich sehr gut Anschluss nehmen konnte an diesen Wünschen, die ich hatte. Denn ich leite jetzt dieses Arbeitsgebiet für deutsche Sprachwissenschaft unter Einschluss der interdisziplinären Linguistik und ich hatte das große Glück, dass kurz nach meinem Beginn hier in Bremen die Uni auf Exzellenz stand. Ich habe die ganzen Vorbereitungen der Exzellenzbeantragung mitbekommen. Ein erster Höhepunkt hier in Bremen war für mich die Begehung der Uni Technologie im Jahr 2012 und dann natürlich der positive Bescheid. In den folgenden Jahren hatte ich ein hervorragendes kollegiales Matching hier. Wir konnten unsere Forschungsgebiete, insbesondere im Zusammenhang von Sprache und Kolonialismus, miteinander deutlich voranbringen. Für mich ist das wirklich ein Bremen-Spirit und ich wünsche mir, dass dieser Bremen-Spirit uns auch noch viele Jahre voranbringt. Für die Geisteswissenschaften bedeutet das insbesondere, dass wir die Aufgabe haben, mehr miteinander zu arbeiten als allein und dafür stehe ich auf jeden Fall auch.